GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Kann diese Statue mal fallen, bitte? Aha. So ganz intakt ist das Ding aber nicht mehr, oder? Oh. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns genau umschauen. Ein paar Sachen sind hier noch zu tun. Unter anderem noch, ich glaube, ein Propagandaschild. Das habe ich gerade gefunden. Das ist das hier. Achtung! Genau, sehr gut. Jetzt kommen die mir wieder mit ihren scheiß Panzern. Wow. Habt ihr das gesehen? Wow. Sehr schön. Aber ihr müsst zugeben, das sah schon sehr cool aus. Ah, da ist der letzte Lautsprecher. Komm, 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 weg da, weg da, weg da. Sehr gut. So, was ist das, was wir da noch machen müssen? Was ist das? Die Zeitstation, okay. Was muss man denn da noch machen? Hoppla. Wow. Wer hat denn das denn eben überlebt? Hm, wie auch immer. Hoppla. Nein, oder? Sind wir tot? Tatsächlich, ich habe mich selbst getötet gerade. Ja, das war nicht so intelligent. War auch total anders natürlich geplant, aber hey, egal. Wingsuit-Action. Yay. Okay. Hoppla. Wer seid ihr denn? Boom. Boom. It's showtime. So. Guten Tag. So, Flagge hissen. Und dann haben wir die Basis auch schon wieder eingenommen. Obwohl die hier ja eher reiner Zufall ist. Ganz genau. Ähm, so. Die war ja reiner Zufall. So, jetzt zu der, die wir eigentlich haben wollten. Was ich da oben mache, ganz einfach. Ich befreie das ganze Land im Turbo-Modus. Wow, Baum. Ich habe mir leicht am Kopf weh getan gerade. Deshalb, ähm, war das Bild so. Was auch immer, es wird schon stimmen. Wow. Wow. Geil. Einfach nur cool. Okay, das wäre knapp geworden, aber rechtzeitig gerettet. Okay, das nicht. Boah, cooler Überschlag. Erstmal eine Rolle hingelegt. Eine Rico-Rolle. Hi. Du gefällst mir nicht. Das müssen wir mal ganz kurz nachschauen. Einmal kurz nachladen. Haben wir denn noch was im Rebellenabwurf drinne, was wir gebrauchen könnten? Zum Beispiel Spezialwaffen. Wie das da. Und... Das da und... Das da und... Und das da. Und... Davon nix. Ne, anfordern. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Oh, da kommt die Kiste. Achtung, Leute. Das Ding sieht tödlich aus. So, zielen und... Feuer. Feuer. Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Zielen und Feuer. Bumm. Feuer. Feuer. Genau nachgucken, ob wir von hier aus was sehen. Die armen Säcke da unten checken ja gerade aktuell überhaupt nichts, was hier los ist. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Ja. Alle Einheiten hierher. So, ganz kurz die Zellentüren öffnen. Sehr gut. Die Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Achtung. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Wahnsinn, das ist meine Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit gerade nichts gesagt habe. Aber ich war gerade so baff von dem Ansturm an den Gegnern. Hi, dich kann ich gebrauchen. Super, danke, dass du vorbeischaust. Nett. Warum nicht? Richtig nett. Richtig nett. Und tschüss. Tschüss. Sehr gut. Ich versuche da unten ein bisschen aufzuräumen. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten. Und ein neuer Helikopter für uns. Wunderbar. Perfektion hier. Ist alles doch. Oh fuck, oh fuck. So, was müssen wir noch machen? Ein paar Gefängniszellen ausräumen. Was ist das noch? Das kenne ich noch gar nicht. Polizisten, äh, Polizeistation, okay. Generator. Jetzt können wir hacken, ganz kurz. Zack, 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 zack. Sehr schön. Die Waffe ist zwar gut, aber die Feuerrate ist etwas sehr niedrig. Was im ersten Moment gar nicht so schlimm ist, aber erst im zweiten Moment wirklich auffällt. Äh, ah, da haben wir noch eine Türe. Sehr schön. Zack. Einmal ganz kurz hacken. Dann den Typen hier töten. Wir brauchen hierbei Hilfe. Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Jetzt brauchen wir noch die scheiß Schilder. Wo sind denn hier noch Schilder? Was, Treuepunkte? Ich will keine Treuepunkte sammeln. Jetzt müssen wir nach so einem verdammten Schildaufsicht halten. Wir können jetzt auch erstmal was anderes machen. Moment. So, wir werden ja aktuell eh gesucht. Wir warten jetzt darauf, dass die Alarmstufe zurückgesetzt ist. Und danach können wir ganz kurz diese Monitore deaktivieren. Ich glaube, das ist der erste hier. Genau. So, einmal deaktivieren das Ganze. Spaß haben. Kennt ihr nicht, ne? So. Zack. Ach du Scheiße. So, komm, den schaffen wir noch. Perfekt. Jetzt nur noch den letzten Monitor. Äh, Monitor sag ich. Den letzten. Wow. Eng. Das letzte Propagandaschild finden. Und danach gehört uns diese Basis auch. Somit müsste das ganze Viertel uns eigentlich gehören. Aber... Wir haben ja schon einige Male gesehen, dass eigentlich was uns gehören sollte, aber irgendwie doch nicht uns gehört. Okay. Okay. Okay.